So, setzen wir uns heute an den Tisch. Ich glaube, wir setzen uns heute an den Tisch. Ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu The Diary, dem Format, wo ich mich einfach mal wieder an einen Tisch setzen sollte. Das letzte Video ist jetzt schon etwas länger her, so ein paar Wochen, glaube ich. Und so langsam, glaube ich, ich bin euch da ein paar Erklärungen entschuldigt. Die einfachste Erklärung, die ich euch geben kann und vor allem auch die, die für mich am wichtigsten ist. Und ich bin einfach happy und ich genieße momentan die Zeit, die ich habe mit den Dingen, die mich glücklich machen. Warum ich glücklich bin, hat viele Gründe. Zum einen, das Wetter draußen ist fabelhaft. Ansonsten passieren auch in meinem Leben viele Dinge, die mich auch sehr positiv stimmen. Und keine Sorge, über diese Dinge rede ich auch noch auf diesem Kanal. Jetzt nicht in diesem Video, weil ich finde, das würde den Rahmen sprengen. Und ein paar Dinge haben auch noch so ihren Werdegang, den sie gehen müssen. Long story short, ich verbringe momentan einfach nur gerne die Zeit mit den Dingen, die mich jetzt in diesem Moment einfach immens glücklich machen. Klar, YouTube ist auch eine Sache, die ein bisschen zu mir dazugehört. Aber ich finde momentan mehr Freude in den Dingen, die außerhalb dieser Zimmertür auf mich warten. Und dementsprechend beschäftige ich mich momentan eher damit. Dieses Video soll auch eher so eine kleine Nachricht sein, die ich einfach mal so an euch schicken will mit der Intention, und dass ihr wisst, yo, okay, dem Typen geht's gut. Der Typ genießt einfach nur gerade sein Leben. Und keine Sorge, sobald sich weitere Dinge in meinem Leben, positiver oder negativer Natur, so richtig manifestieren, dann kriegt ihr das auch hier in Videoform mit. Das auf jeden Fall. Momentan bin ich einfach auf dem Trip, dass ich die Dinge, die mir gerade im Leben positiv widerfahren, sofort festhalte und so lang genieße, wie ich kann. Weil wenn ich was über die letzten Jahre gelernt habe, dann dass die glücklichen Dinge, die einem im Leben widerfahren können, so schnell wieder weg sind, wie sie auch gekommen sind. Und dementsprechend bin ich gerade sehr emsig dabei, alles so in mich aufzunehmen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Und ich glaube... Huch? Wo kommt das denn her? Und ich glaube, das bekomme ich momentan auch wirklich gut hin. Und das soll einfach nur diese kurze, aber prägnante Message of the Day sein. Nein. Sucht euch die Dinge, die in eurem Leben gut laufen und haltet sie so lange und so feste fest, wie ihr könnt. Weil ihr wisst nie, wann es wieder vorbei ist. Und wenn es da momentan so Sachen gibt, die ihr auch so nebenbei macht, die aber einfach keinen so hohen Stellenwert genießen, wie das, was euch momentan glücklich macht, dann stellt die auch mal guten Gewissens hinten an, ohne euch darüber schlecht zu fühlen. Weil ganz ehrlich, ich fühle mich nicht wirklich schlecht, dass ich hier jetzt keine Videos mache. Na, doch ein bisschen schon, sonst würde ich dieses Video hier ja nicht machen. Aber ich fühle mich, während ich die Dinge, die mich glücklich machen, tue, nicht dabei schlecht. Und deshalb glaube ich, dass es das Richtige ist, ab und an einfach mal ein bisschen Abstand von Computern, Internet und YouTube zu nehmen und einfach mal das Leben so zu genießen, wie es gerade vor meinen Füßen liegt. Nämlich ziemlich gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr wisst Bescheid. Ich habe meine Pflicht getan und euch wie ein berittener Herold darüber berichtet, wie es gerade so in meinem Leben läuft. Keine Sorge, sobald sich was Festeres ergibt, was ich wieder in ein Video packen kann, dann wird das auf jeden Fall gemacht. Das könnte sogar tatsächlich heute der Fall sein. Aber ihr werdet da noch in naher Zukunft mehr darüber erfahren. Ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Genießt das schöne Wetter, falls es doch schönes Wetter ist, ich weiß es ja nicht. Oder guckt euch hier noch andere Videos an oder abonniert hier den Kanal, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Und jetzt labere ich euch auch nicht weiter voll. Ich sollte generell ein bisschen mehr trinken. Stay hydrated, Kids! Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.